Hallo, lange nicht gesehen. Ich bitte mich vorab zu entschuldigen, weil meine Stimme ein bisschen stirbt, weil ich anscheinend ein bisschen krank werde, aber ja, wie ihr gemerkt habt, habe ich letzte Woche kein Video hochgeladen. Es war viel los, sag ich mal. Und ja, denn in der Woche war ich zum Beispiel im Krankenhaus. Wieso, weshalb, warum muss jetzt nicht hier bereitgetreten werden? Nein, aber das war so der größte Grund, wieso es jetzt nicht so geklappt hat. Ich habe natürlich jetzt wieder viel Zeit zum Nachdenken gehabt, dies, das. Und wie wir jetzt ja in letzter Zeit schon häufiger hatten, hatte ich ja in so zwischendurch Videos und immer mal wieder so auch halt gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich das hier weiterführen will und ob überhaupt und ja, versteht mich nicht falsch. Es macht mir immer noch total viel Spaß und so. Aber man muss halt auch einfach mal sehen, dass es halt nicht nur Positives in dem Sinne bringt, weil ich opfere ja schon viel Zeit dafür und in gewissem Sinne ist es natürlich schon immer Stress, weil ich das natürlich jetzt schon so machen will, dass ich wenigstens ein Video die Woche bringe. Und jetzt kommen viele und sagen so, ja, dann bring halt nur dann was, wenn du willst so. Und das Ding ist, irgendwann, wahrscheinlich wird dieses Video schon kaum einer mehr sehen. Wenn man halt nicht regelmäßig uploadet, fliegst du halt einfach aus dem Algorithmus und selbst die Leute, die dich abonniert haben, sehen die Videos nicht mehr. Und jetzt denkt man sich so, ja, aber du machst das doch für dich. Ja, aber trotzdem wünscht man sich natürlich schon, dass das halt irgendwer sieht, weil sonst kann ich auch für mich spielen, wisst ihr. Und ja, also es lohnt sich halt einfach irgendwie fast gar nicht mehr. Also klar, ich sehe die Leute, die das sich hier anschauen und ich freue mich darüber auch mega. Also könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Aber ja, ich leiste so viel mehr, als ich dafür bekomme. Und das ist halt irgendwie nicht das, was so ein Hobby ausmachen sollte. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, als würde ich außerhalb davon Dinge tun und dafür normal entlohnt werden. Also ich meine, ich gehe mittlerweile, wenn die Ferien jetzt vorbei sind, gehe ich dann ja nicht mehr 39 Stunden arbeiten. Aber jetzt vorher das ganze Jahr bin ich 39 Stunden arbeiten gegangen für 80 Euro im Monat. Und die ersten drei Monate habe ich, glaube ich, noch nicht mal Gehalt bekommen. Ist jetzt halt so eine Sache, ist jetzt nicht so, als hätte ich da nicht schon so ein Problem. Und dann habe ich das halt in meinem Privaten auch, dass ich halt nicht genug dafür bekomme, wie das, was ich dafür bräuchte, um das vernünftig halt durchzuziehen. Und ja, ich bin jetzt halt die ganze Zeit so am Hadern, ob ich das jetzt nicht einfach dann doch lasse oder ob ich es dann doch weitermache und keine Ahnung. Ich finde es halt schwer, so eine Entscheidung zu treffen, weil ich mache halt die Scheiße schon seit 2014. Und irgendwie hat es mir ja schon immer was gebracht. Andererseits verbinde ich halt aber auch so viel Stress damit und das ist halt irgendwie sehr, sehr schwer. Die Kurzfassung ist, ich weiß nicht, wohin mit mir und diesem Kanal. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen suboptimal, gerade wenn man bedenkt, jetzt in zwei Wochen, anderthalb, kommt das neue Pack raus und so. Also ja, I don't know, irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Diese Hauptgedanken habe ich jetzt halt geäußert. Und wie gesagt, das ist ja auch in dem Sinne nichts Neues an Gedanken. Das war jetzt schon länger im Raum. Es ist halt schwer, die Entscheidung. Ja, die Entscheidung kann das endlich auch nur ich treffen. Logischerweise. Ich wollte euch halt jetzt vorab nochmal Bescheid geben. Wie es denn aktuell so aussieht, was das anbelangt. Weil das jetzt natürlich nochmal präsenter geworden ist. Ja. Und ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich erwartete. Andererseits, ich meine, jetzt letzte Woche schon nichts bekommen hat. Und jetzt ist es natürlich auch nichts Richtiges. In dem Sinne ist vielleicht doof. Ja, also mir war es jetzt irgendwie wichtiger, erst darüber zu sprechen, als jetzt einfach so auf Happy Lifestyle zu tun und keine Ahnung was. Weil das ist jetzt so in dem Sinne natürlich nicht. Und ich möchte jetzt halt auch nichts vorspielen, was das anbelangt. So, ne? Ihr könnt mir gerne eure Gedanken zu dem Thema dalassen. Ich werde es mal durchlesen. Und das wird bestimmt auch in irgendeiner Form einen Teil von meiner letztendlichen Entscheidung beitragen. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr das gesehen habt. Wenn ihr das gesehen habt, man weiß ja nie, was YouTube so alles tut. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal wieder. Also, wenn es eine endgültige Entscheidung gibt, dann natürlich gebe ich euch Bescheid. Und ich würde das für mich selber auch einfach brauchen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt irgendwie demnächst wieder. Ich kann nicht versprechen, wann, wie und so. Aber ja, es wird bestimmt irgendwie passieren. Und genau. Tschüss, tschüss. Ihr lieben Menschen da draußen. Bis zum nächsten Mal.